Schnell weg hier! Ach, ich könnte... Ich könnte auch sprinten. Tüdelü, tüdelü! Weg hier! Genau. Genau, Ezio. Genau. Immerhin bleibt Ezio in Form. Ah, Mist. Da geht's nicht durch! Da geht's nicht durch! Da, da, da! Ob ich da... Oh, Mist. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Vielleicht irgendwo auf dem Dach drauf. Das ist so eine Idee. Ich sprinte aufs Dach. Tschüss! Ja, ja, ja. Lass mich. Au! Oh, nein. Hilfe! Wo soll ich das denn wissen, dass das nicht dazugehört? Manu, ich bin doch nur ein kleiner, armer Ezio! Was? Ach. Hier hat er uns nicht mehr gesehen. Na dann. Uh, das tut weh, das tut weh. Ja. Und fährt denn doch? Ab jetzt können Ärzte Wunde heilen. Super. Rennen freigeschaltet. Was drücken, um Medizin auszuwählen? Ah, schau mal an. Okay, das war's. So, wir haben Datenbankeinträge, ihr wisst es doch. Die Santa Maria del Fiore ist eine der größten Kirchen Italiens und das größte Gebäude in Florenz. Sie gilt als Meisterstück der Renaissance-Architektur. Obwohl die Kirche von Arnofo di Cambio bereits 1296 entworfen wurde, begannen die Bauten am Dom nicht vor Anfang des 15. Jahrhunderts. Da Cambio schon lange tot war, gab es keinen Architekten in dieser Zeit, der in der Lage war, eine solche enorme Struktur zu bauen. Also ist diese Kirche noch gar nicht mal so alt. Strebewerk war nämlich in Florenz verboten und Mörtel brauchte mehrere Tage, um zu trocknen. Aber noch war nicht alles verloren. Filippo Brunelleggi, der bei einem früheren Wettbewerb für den Entwurf des Portales des Baptisterium unterlegen war, gewann dann die Ausschreibung für den Dom. Er besiegte Lorenzo Ghiberti, demselben Künstler, dem er vorher unterlag. Brunelleggi erfand Maschinen, um die Ziegel, die für den Dom gebraucht wurden, zu den Arbeitern zu bringen und war in der Lage, die gesamte Kuppel ohne die Hilfe eines Leergerüstes, ein Gerüst für die Kuppel, während die Ziegel gelegt wurden, zu konstruieren. Der Dom enthält mehr als vier Millionen Ziegel und wurde 1936 fertiggestellt. Kann ich unterschreiben, da habe ich tatsächlich auch mal, das kam mal in der Naharbeit von mir vor. Die Laterne wurde nach Brunelleggis Tod 1446 hinzugefügt und enthält angeblich heilige Reliquien. Allerdings gibt es auch Gerüchte, dass ein komplettes Grab unbekannter Herkunft dort versteckt sei. Ja, mal schauen. Warte mal. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir gerade noch mal was übersehen haben. Genau. Da, da, da. Christina Vespucci. Geburtsjahr 1459. Beruf, Schülerin, Adelige. Christina Vespucci war eine stadtbekannte florentinische Schönheit und ein Lieblingsmotiv der Maler, vor allen voran Botticelli, der sie in vielen seiner Bilder malte. Aufzeichnungen der Wachen ihres Vaters deuteten an, dass Ezio sie häufig besuchte und dass er unwahrscheinlich geschickt sein musste, da sie ihn nie stoppen konnten. Außerdem war sie wohl verantwortlich für die Beschleunigung der Karriere ihres Cousins, dem Namensvetter eines recht berühmten Kontinents. Ach, schon wieder der liebe Herr. Bei einer Dinnerparty, die unter anderem von Christina und auch Lorenzo de Medici besucht wurde, soll sie ein Gespräch mit diesem und Manfredo Soderini über das Segelkönnen ihres Cousins geführt haben. Anscheinend übertrieb sie leicht und Lorenzo, der von ihrer Schönheit betört war, erklärte sich dann auch bereit, ihren Cousin anzustellen. Versucht es mit Amerigo. Ich wette, dass ihr eure Schifffahrtslinie in ein paar Jahren nach ihm benennen werdet. Er war nämlich auch tatsächlich, ich erinnere mich, der erste Mann, der erste Mensch, der den neuen Kontinent, die neue Welt, Amerika getauft hat. So, das hätten wir zurück. Und wir gucken uns jetzt erstmal ein bisschen um. Guck mal, da ist die Hauptquest. Haben wir hier eine Karte. Ich würde dann doch gerne mal einen Bader aufs Wunde, einen Pestarzt. Oder wir gehen erstmal zu den Aussichtspunkten. Wir gehen jetzt erstmal synchronisieren. Wir haben jetzt... Ey! Affe! Immer so unhöflich, diese Kerle. Immer so unhöflich. Okay, gehen wir mal hier hoch. Jetzt fühlt euch doch nicht direkt ange... Oh. Jetzt fühlt euch doch nicht direkt angegriffen, liebe Lein. Seit wann ist es denn verboten, hier hoch zu klettern? Ihr seid doch gemein. Ich will doch nur ein bisschen... Ein bisschen Parkour üben. Die sind immer so gemein... Ey! Die sind immer so gemein zu mir. Ähm, sind die hinter mir? Kannst du nicht da rüberspringen? Naja. Piu! Wow! Oh, das könnte wehgetan haben. Unter anderem. Unter Umständen. Spring doch nicht immer da weg, Junge. So, jetzt können wir aber da hochklettern. So. Hier einmal synchronisieren. Boah, wie genial die Kuppel aussieht. Ich war vor Jahren mal in Florenz, aber das ist schon Uhrzeiten her. Das war noch in der Unterstufe. Ich glaube, Abschlussfahrt, 10. Klasse oder so. So. Was haben wir denn Neues auf der Karte? Was haben wir denn da? Da ist ein Arzt. Den sollten wir aufsuchen. Ja, so. Und ein Schmied. Und was ist das? Schnellreisestation. Okay. Gehen wir mal zu dem Arzt. Ach, ihr nervt mich. Warte mal, der Arzt war eh in eine ganz andere Richtung. Ja, Karten lesen ist noch so ein... Ich kann gar nicht zu dem Arzt. Ist das gemein. Naja, dann gehen wir doch erstmal... Dann gehen wir doch erstmal in Richtung Hauptquest. Und schauen, was uns da auf dem Weg alles... Da ist ein Arzt auf dem Weg. Das ist schön. Gehen wir mal kurz zu dem Arzt, der auf dem Weg liegt. Schaut mal, Kunsthändler. Sieht so aus, als könntest du hier Gemälde für die Villa Auditore erstehen. Vielleicht haben sie auch noch ein paar andere Besonderheiten im Angebot. Die Werkstätten der Renaissance-Künstler waren normalerweise klein. Und es wurden hauptsächlich religiöse Dekorationen für Kirschen oder Privathäuser angeboten. Künstler galten nicht wie heute als Visionäre. Vielmehr wurden sie als Handwerker betrachtet. Auf einer Stufe mit Tischlern und Schmieden. Kunst wurde meist in Kooperativen produziert. Der Werkstatt stand der Meister vor, der Kommissionen erhielt und die Zusammenstellung der Gemälde überwachte. Von ihm wurde Geschäftstüchtigkeit und profitables Wirtschaften erwartet. Üblicherweise durch die Anfertigung von Kopien der religiösen Gemälde, die gerade in Mode waren. Ah, okay. Sünder, die vergeben müssen? Ich dachte, ich... Ich dachte, ich... Ist das nicht kein Arzt? Doch. Ja. Habe ich Geld? Ja, ich habe Geld. Komm. Und ich hätte gerne Apothekenbedarf. Ich hätte gerne... Ach komm. Einmal Medizin voll. Dann haben wir erstmal wieder... Dankeschön. Und ich würde sagen... Wir hören erstmal... Wir lesen erstmal. Wir lesen mal. Fassade. Ich muss mal gerade gucken, ob wir irgendwas übersehen haben. Ich habe Sorge, dass wir irgendwas übersehen. Sorry. Kunsthändler. Santa Maria... Nee. Okay, gut. Dann gehen wir mal. Oh oh. Ich glaube, Papi ist böse auf uns. Gibt's jetzt Haue, Papi? Gibt's jetzt Haue? Ja, das macht mir... Ich bin noch nicht... Doch, ich bin drin. Oh, der fliegt. Ernsthaft? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viere Vipazzi. Und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es... Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. So, Laufbursche. Giovannis wichtige Dokumente bei Lorenzo de Medici abgeben. Ja, diese wundervollen Momente in der Kindererziehung. Diese kritischen Momente, wo du dich zwischen einem High Five und einem Vortrag entscheiden musst. Wir nehmen das mal an. Und ihr wisst es doch. Giovanni Auditore. Al Magnifico Lorenzo de Medici, mio protettore e amico. Ich tat wie verlangt und habe meine Untersuchung des Vorfalls in Mailand beendet. Ich kann bestätigen, dass es um weit mehr als nur Unzufriedenheit mit der Herrschaft von Duccia Galeazzo Sforza geht. Ich glaube, dass andere Parteien, die nach weit größeren Gewinnen streben, die Dinge derart manipuliert haben, dass sie ihre Ziele erreichen, ohne sich selbst preiszugehen. Lampugniani, Olgiatti und Visconti haben sich dieses Verbrechen schuldig gemacht. Keine Frage. Und sie haben die passenden Partner für ihren Verrat gefunden. Aber viele andere adlige Familien sind unter Verdacht. Unter anderem auch unser Francesco de Pazzi. Ihr Ziel und ihr Motiv sind mir noch nicht klar. Aber erste Funde deuten einen Plan an, dessen Ausmaß euch sicher beunruhigen wird. Am besten führen wir dieses Gespräch unter vier Augen weiter, da ich zögere, meinen Verdacht aufzuschreiben. Antwortet mit einem Ort und einer Zeit. Ich werde euch dort treffen. Außerdem habe ich den Gonfaloniere befohlen, Francesco so lange festzuhalten, bis wir die Sache geklärt haben. Vertrauliche Grüße, euer Giovanni. Lustig, das ist ja cool. Dass es auch so Dokumente gibt, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Ja, umso mehr Gründe, immer schön in die Datenbank-Einträge zu gucken. Den hatten wir, jetzt fehlt noch Giovanni Auditore. Giovanni Auditore, Geburtsjahr 1436, Beruf Bankier, Berater, Adliger. Giovanni Auditore war eine der Schlüsselfiguren des florentinischen Bankenwesens im 15. Jahrhundert. Als Verantwortlicher für die Zweigstellen der Medici-Bank in ganz Italien hielt er die Medici-Machinerie am Laufen, solange Lorenzo mit Regieren beschäftigt war. Als er seinen Einfluss auf internationale Geschäfte ausdehnte, war es Giovanni, der als erster die Probleme mit der Bank von Lyon bemerkte und Francesco Sassetti alarmierte, der die Zweigstelle schließlich rettete. Eine solch große Begabung wurde natürlich von Il Magnifico bemerkt und belohnt. Zwischen Giovanni und Lorenzo de' Medici entwickelte sich eine enge Freundschaft und Giovanni wurde zu einem seiner engsten Berater. Giovanni führte im Jahre 1471 erfolgreiche Verhandlungen, um die Unterstützung des Papstes für die Medici-Banks zu sichern. Lorenzo war erleichtert und dankbar. Als Dankeschön finanzierte er Giovannis Palazzo. Auch wenn es sonst nichts ist. Ich frage mich aber gerade, wo denn Dokumente da? Weil die scheinen ja nicht bei den anderen Sachen dabei zu sein. Aber wir haben bisher nur die Briefe. Da sollten wir generell mal ab und zu mal da reinschauen, falls wir was verpasst haben. Verdun!